Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins, Fotomove. Der Chat läuft, ich laufe einigermaßen hier gewittert, aber wir stürzen uns heute in ein besonders interessantes Thema, das eigentlich in einen größeren Rahmen eingebettet ist. Denn ich hatte vor drei, vier Wochen, ach oder vielleicht auch vor fünf Wochen, hatte ich meine treuen Zuschauer gefragt, schickt mir doch mal Vorschläge, schickt mir doch mal Ideen zu neuen Themen. Und relativ auffällig, und das hat mich auch sehr gefreut, weil es eines der Themen ist, die mich auch sehr beschäftigen, ist die Frauenfrage. So, ich habe schon mal so ein bisschen flapsig am Rande gesagt, dass ich selber Feminist bin, wenn es um Fotografie an sich geht, aber eben auch so und wollte das immer mal zum Thema machen und ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit. Und was kann man da Schöneres tun, als so einen leichten Einstieg heute zu finden? Und zwar über eine sehr bekannte Fotografin, die fast in Vergessenheit geraten wäre. Sie ist im Übrigen nur eine von vielen, nicht von denen, die in Vergessenheit geraten sind, sondern eine von vielen Fotografinnen, über die tatsächlich manchmal auch etwas weniger gesprochen wird, als über die männlichen Kollegen. Aber es ist ein zweiter Spagat, der auch auffällig ist, im professionellen Fotogewerbe. Also bekannte Starfotografen und Starfotografinnen haben eigentlich von Anfang an, also von 1827 angefangen, immer auch Frauen eine nicht untergeordnete, sondern erhebliche Rolle gespielt. Es gab immer sehr, sehr viele Frauen, die auch diesem Beruf nachgegangen sind und bis heute natürlich unzählige berühmte Frauen. Wie immer, sonst bräuchten wir ja keinen Feminismus mehr, ist das nicht 50-50. Es gibt da schon immer noch ein paar Männer mehr, mit sinkender Tendenz, muss man sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Bereich, ach, so ein paar exotische Damen waren auch mal bekannte Fotografinnen. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade die Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts ist wesentlich geprägt durch weibliche Fotografie. Das wiederum, und das ist ja auch bemerkenswert, auch mal so in Richtung meines Chats hier, das wiederum widerspricht so ein bisschen, wir reden ja jetzt, ich habe ja von der Profiszene geredet. Im Übrigen, in meinem Studiengang hatten wir auch ungefähr die Hälfte Frauen, Hälfte Männer, also es war sehr ausgewogen. Das, was sich da auf der Profiebene als selbstverständlich abbildet, oder selbstverständlich abbildet, findet man im, ja nennen wir es mal Amateur- oder Hobbybereich, zumindest wenn wir Internetrecherchen machen, nicht so sehr. Und ich will euch einfach mal folgende Statistik zeigen, ich blende den Chat mal kurz raus. Das ist, ihr seht es auf unbegrenzt gestellt, die Statistik meines Kanals seit dieser Kanal existiert. Und da haben wir eine weibliche Beteiligung an meinen Videos von 13,3%. 86,7% der Zuschauer sind Männer. Und leider, ich würde mich ja jetzt gerne fast schon mit den 13,3% brüsten, weil das wäre, das kann ich euch verraten, das wäre sogar relativ viel. Aber mit absteigender Tendenz in den letzten Monaten, im letzten Jahr sind das weniger geworden. Deutlich weniger. Ich habe weit über 90 bis 95% männliche Beteiligung hier auf dem Kanal. Und das jetzt könnte man sehr, sehr schnell und flapsig sagen, naja, Männer interessieren sich mehr für Technik. Das, obwohl mein Kanal ja bewusst nicht so techniklastig ist. Also da ist was im Busch. Das müssen wir vielleicht auch, wenn ich mich jetzt länger über mehrere Folgen auch mit dem Thema auseinandersetze, das müssen wir mal genauer im Auge behalten. Und das setzt sich eigentlich so fort. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das Bildschirmfoto ist ein bisschen klein geworden. Gibt man den Begriff Fotografin einfach bei Google ein, dann gibt es 10 Millionen Ergebnisse. Da ist natürlich jedes Ergebnis bei, wo nur das Wort Fotografin drin vorkommt. Das ist klar, sind jetzt nicht 10 Millionen Fotografinnen, die da gefunden werden. Und 10 Millionen ist ja auch schon eine ganz schöne Menge, weil Fotografin ist ja auch ein eindeutig deutsches Wort. Das heißt, wir finden 10 Millionen Ergebnisse, sagen wir mal, groß im deutschsprachigen Raum. Tja, dann gehen wir einfach Fotograf ein. Und da sind es 778 Millionen. Also, ja, fast eine Dreiviertel oder rund eine Dreiviertel Milliarde Einträge, die da kommen. Nun gut, auch da relativieren wir jetzt ein wenig. Fotograf ist in unserem Sprachgebrauch ja oft auch noch das Wort, das wir für beide Geschlechter verwenden. Aber ich glaube, der Unterschied ist zumindest so groß, dass er auffällig ist. Oder schauen wir uns einfach mal die Setcards in der Modellkartei an. Denn da geht es ja nicht um den Fotografen selber, sondern da geht es ja um Modelle. Und da kehrt sich das Bild, wenn auch vielleicht nicht ganz so drastisch, aber sehr, sehr deutlich um. Bei 39.000 Fotografen, da unterscheiden die jetzt nicht in weibliche und männliche, gibt es 53.000, über 53.000 weibliche Modellsetcards. Also eine echt große Menge. Und männliche Modelle nur 9.900, also knapp unter 10.000 männliche Modelle. Also auch da ist nochmal so ein, wie mal so schön, so ein Ding. Ich wollte jetzt gerade sagen, so ein Pack an. Nur das wäre bei dem Thema garantiert der falsche Begriff. Nein, es geht nicht um Anpacken. So, also das wäre für mich thematisch eben auch nochmal so ein Thema, das man insofern behandeln müsste, wie die Verteilung, wenn man so will, zwischen den Geschlechtern bei Modellen und Fotografen ist, etc. So, kurz mal schauen. Ihr hattet so viel geschrieben, aber ich glaube, auch das ist ein winziges Bildschirmfoto. Ja, ich muss ja auch meine Lesebrille hier schon aufziehen. Das ist schon wahr. Fotografer, ja, das ist ja ein bisschen, die Diskussion will ich zumindest heute nicht führen, diese Frage des Sprachgebrauches. Es ist ja natürlich und die, mal auf völlig unideologischer Ebene, ist natürlich auch ein bisschen deutsches Problem, weil man eben im Englischen nicht die weibliche und die männliche Endung hat, die man beide eben verwenden müsste, sondern da würde man ja Female Photographer sagen. Also ausgesprochen weiblicher Fotograf letzten Endes. Das ist natürlich was anderes. So, also das mal so als Motivation, warum ich dieses Thema, mich des Themas annehmen möchte. Und einen ganz wichtigen Aspekt habe ich ja eben schon genannt. Das ist die grundsätzliche Frage nach Fotografinnen. Und da werde ich euch in naher Zukunft, vielleicht nächsten Dienstags, mal in so einer Dienstagsfolge, einfach nicht nur eine Handvoll, ich muss das betonen, nicht nur eine Handvoll von exotischer Frauen vorstellen, sondern immens prägende und wichtige Fotografen, Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Und eine davon war Iva. So, ihr seht, wie schön ich mein Titelbild heute unter anderem aus diesem Foto gebastelt habe. Und da gab es auch mal gar keine Probleme mit den Rechten, was Urheberrechte angeht. Insofern, die Iva-Fotos sind tatsächlich alle frei. Aus vielleicht traurigem, ja doch, aus deutlich traurigem Grund. Aber davon erzähle ich euch dann am Schluss. Wer war also Iva? Iva hieß eigentlich nicht Iva. Das könnt ihr euch vorstellen. So ein typischer 20er Jahre Künstlername, würde ich sagen. Iva heißt eigentlich, und das muss ich ablesen, das kann sich kein Mensch merken. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch so einen kurzen Namen genommen. Elise Ernestine Neuländer Simon. Simon kam später noch dazu. Das war nämlich ihr Mann. Den Namen hat sie dann noch hinten dran gehangen. Aber selbst bei Elise Ernestine Neuländer bietet sich als Künstlername definitiv eine Verkürzung an. Die hat sie vorgenommen. Sie wurde im Jahr 1900 in Berlin geboren. Und das ist insofern interessant, weil wir reden, wenn wir so über die Vergangenheit reden, haben wir schnell das Gefühl, das ist so unglaublich lange her. Ich möchte daran erinnern, mein Alter kann ich ja verraten. Ich bin 51 Jahre alt. Das ist schon noch die Generation meiner Großeltern. Also das ist jetzt nicht total weit weg. Spätestens Urgroßeltern. In meinem Fall, ich glaube, meine Großväter sind 1907 geboren. Also das ist die Generation meiner Großväter. Die Generation, die Großväter jetzt nicht speziell, aber die Generation, die ich persönlich noch kennengelernt habe. Es ist nicht, es ist nicht keine Geschichte aus dem Mittelalter oder keine Geschichte aus dem Mittelalter, die ich erzähle. So und was wir hier schon ein bisschen sehen, da gehe ich aber später drauf ein, auf dem Bild, ist natürlich auch, ist natürlich auch eines jüdischen Kaufmanns mit neun Geschwistern in Berlin. Und über ihre Ausbildung ist wenig bekannt. Aber, und das war damals, das war damals schon auch einmalig, sie eröffnete mit 25 Jahren, ihr erstes eigenes Studio in Berlin. Und das kann man leicht rechnen. In den wilden, Roaring Twenties. So. Und in der Zeit der Weimarer Republik. Babylon Berlin. Unbedingt gucken, das ist am Rande. Da kriegt man ganz viel davon mit. Und die Fotos sind jetzt teilweise relativ klein, manche sind auch größer, aber die könnt ihr natürlich, die müsst ihr ja nicht lesen, sondern nur auffassen und sehen. Und sie entwickelte sich relativ schnell zu einer wirklich sehr, sehr populären Mode- und Porträtfotografin. Das war, sag ich mal so, ihr Hauptfachgebiet. Mode-Porträt. Und schon 1927 erste Ausstellung. Ganz, ganz wichtig. Und fotografierte da tatsächlich dann relativ schnell auch Berühmtheiten der Weimarer Republik. Das sind jetzt alles so Namen, die mir gar nicht mehr viel sagen. Wird genannt die Karin Stilke. Das ist diese Dame hier, ein Fotomodell der 20er Jahre. Aber auch Tänzerin Tatjana Barbakov. Vielleicht kennt ihr die. Mir sagt die jetzt nichts mehr. Aber sie war da schon so eine iSociety-Fotografin. Und hat ja eigentlich jeden in Berlin fotografiert, der so unterwegs war. Und das auch relativ provokant. Ich habe jetzt mit den etwas weniger provokanten Bildern mal angefangen. Das ist die Auffassung, klassische Porträt-Auffassung, die wir hier sehen. Wie sie ja auch bis weit in die 30er Jahre in Hollywood gehandhabt wurde. Das klassische Star-Licht. Hier schön umgesetzt mit dem Hintergrund. Aber immer ein Führungslicht, das von seitlich oben halt so eine schöne, helle Spur auf der einen Seite des Gesichtes gibt. Und auch relativ dramatisch in der Umsetzung der Schatten. Da sind wir ja heute fürchterlich weich gewaschen. Also da hat man schon auch den Schatten, wie hier den Nasenschatten, hat man da schon auch mit einbezogen. Wie ich finde, sehr gut. Weil wir rennen ja auch in Wirklichkeit nicht ständig ohne Schatten durch die Gegend. So, hier mal eine ganz weiche Auffassung. Ich finde, ein wunderschönes Porträt. Und hier auch so ein bisschen Spiel mit der Handhaltung, die ja keine logische Funktion mehr hat. Also es ist so eine schöne Auffassung, wie ich finde, zwischen Pose, die es nicht ist, und natürliche Aufnahme, die es auch nicht ist. Also es hat so etwas fast Dadaistisches, Modelle etwas tun zu lassen, das sinnlos ist. Vielleicht auch ein bisschen Surrealismus, der da eine Rolle spielt, der damals ja auch angesagt war. Warum sollte man sich die Hand oben ans Auge halten auf diese Art? Also es hat keine Funktion, wie Pseudo aufstützen oder anlehnen oder wie andere große Posen, um irgendwas zu betonen. Sondern man lässt Modelle einfach etwas machen, über das der Betrachter dann nachher stolpert. Auch damals sehr weit verbreitet, heute, ihr kennt meine Kritik in der langweiligen Zeit, der schön, schön, alles ist nur noch hübsch, Fotografie, auch nicht mehr so oft gemacht, wie es sich gehören würde. So, Benna hat sie natürlich auch fotografiert und zurück zu ihrer Biografie. Sie arbeitete dann ab 1929 für Ulstein, dass sie ihre erste Ausstellung 1927 hatte. Weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ab 1929 für Ulstein. Und Ulstein war damals der große, coole, angesagte Berliner Verlag. Er gab die Berliner Illustrierte Zeitung heraus, das Uhu, ein Modemagazin, das bis heute, glaube ich, seinesgleichen suchen würde. Aber sie veröffentlichte auch in Die Dame, eines der großen Modemagazine der damaligen Zeit. In der Münchner Illustriertenpresse hat sie veröffentlicht. Und hat eben auch als eine der ersten Modefotografie, wie wir sie hier ja sehen, zu einer neuen Stilart gemacht. Vorher gab es Porträt, da ging es um den Menschen. So, und jetzt bestimmt natürlich der Mensch das Bild, aber das, was in Szene gesetzt werden soll, ist eben die entsprechende Mode. Und ich glaube, das kann man hier auch auf dem Bild sehr schön erkennen. Denn das Führungslicht, das wir in dem Porträt vorher noch hatten, dass das diesen schönen Schlagstatten im Gesicht gegeben hat, streift hier genau dieses T-Shirt, ich glaube, so hat man es damals noch nicht genannt, und die Hose. Also den Aspekt, um den es eigentlich geht. Natürlich noch eine relativ experimentelle Phase für die Mode. Da gab es ja nachher noch ganz, ganz wilde Sachen. Aber sie war tatsächlich eine der ersten, auch international bekannten, Modefotografin. So, sexy ging es auch durchaus bei ihr zu. Auch das, so ein klassischer, ich weiß nicht, also klassischer Schuss. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich auch um die Strümpfe geht, die wir da sehen. Könnte ich mir hier tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Das könnte ja fast ein Werbefoto für Seidenstrümpfe sein. Oder, ich weiß gar nicht, die Damen, haben wir ältere Damen anwesend, gab es schon den Nylonstrumpf. Ist das vielleicht sogar in die Richtung aufzufassen. Aber wir sehen natürlich hier, sehr posiert, aber sehr elegant in das Bild eingepasst. Also eine sehr, sehr elegante, wunderbare Linienführung. Und fast mit einer gewissen Brutalität oben die Zeitung haltend, die ja das Gesicht abschneidet, den Körper verdeckt. Und unseren Blick dann eigentlich direkt auf diese spannende Diagonale der Beine lenkt. Also ein ganz, ganz klassisches, tolles Modefoto aus den 20er Jahren. So, das zeigt sie selber bei der Arbeit. So, das ist sie, wie sie, ich glaube 1930, den Bildhauer Hugo Lederer fotografiert. So, ich habe einfach nachgeschaut, wer Hugo Lederer ist. Den kannte ich vorher auch nicht. War damals in den 20er Jahren schon so ein großes Tier, der aber dann auch auf etwas seltsame Art nachher so ein bisschen in die Mühlen des Nationalsozialismus geriet. Aber auf sehr umwegige Art. Er war bei seinen, ja, er war in der Akademie der Künste. Er war Professor und, ich mache das ganz, ganz kurz, und ist da mit seinen liberalen Kollegen immer eher aneinander geraten. Und ist aber auch bei den Nazis nie gelandet. Das ist tatsächlich tragisch. Also ist irgendwie nicht so ein, ne, also kein Revoluzzer gewesen, sondern ist auch irgendwann der NSDAP beigetreten. Und, aber hat da auch, also die Nazis fanden seine Sachen auch nicht prickelnd. Und er hat dann in den 30ern, glaube ich, keine besonders schöne Zeit gehabt, weil er schlicht keine Aufträge mehr hatte. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich nur mal kurz am Rande erzählen wollte. So, und da sehen wir sie tatsächlich bei der Arbeit. Ist natürlich fürchterlich gestellt. Ist wahrscheinlich ein Assistent oder jemand von ihr dabei, der das macht. Und da sind wir eigentlich schon bei so einem Ding, denn Anfang der 30er Jahre, also zu ihren wirklichen Hochzeiten, hatte sie sich so ein Renommee erarbeitet, dass sie zehn Angestellte hatte. Also das war ein fotografischer Großbetrieb, muss man geradezu sagen, den sie da leitete. Also sie war die Nummer in der Berliner Fotografie der damaligen Zeit. So, das war nur am Rande, sie hat auch andere Bilder gemacht, da stolperte ich so drüber, weil das eben mal keine Modefotografie ist. Und hier kommen wir natürlich jetzt zu so ein bisschen den provokanteren Dingen. Ihr seht, auch das hat heute Eingang in mein Titelbild gefunden. Und ja, das ist natürlich jetzt schon so die Bildauffassung. Auch Molninotsch spielt da ein bisschen die Rolle, Fotografie nicht nur als einzelnes Abbild zu sehen, sondern eben auch im Sinne des neuen Sehens. Also Fotografie, das ist ja das, was ich immer beklage. Die Fotografie hat sich schon in den 20er Jahren von den langweiligen Sehgewohnheiten trennen wollen und wurde experimenteller. So, und hier eben mit Mehrfachbelichtungen eben auch gearbeitet. Nacktheit ist natürlich auch damals noch viel umstrittener und schwieriger gewesen als heute. In dem Fall mal so eine Collage, die sie angefertigt hat. Ich glaube, das zeigt nochmal sehr schön. Eine Dame da beim Charleston-Tanzen und ein dunkelhäutiger Saxophonist, der da eben auch noch eine Rolle spielt. Ich glaube, das zeigt schon sehr gut so die wilden 20er Jahre. Und ihr könnt euch vorstellen, das gefiel nicht mehr jedem. Und jetzt kommen wir da im Prinzip auch schon in die gemeine Schneise oder die Schneise, die ihr sicher schon erwartet habt. Denn ihr wisst, 1933 Machtübernahme durch Adolf Hitler, Ermächtigungsgesetz und damit jede Möglichkeit, insbesondere damals schon jüdischstämmigen Deutschen, Berufsverbote zu erteilen. Und prompt 1933 geriet sie auch schon unter Berufsverbot. Und das ist natürlich aus verschiedener Hinsicht äußerst traurig. Denn jetzt habe ich mich hier so ein bisschen in meinen vielen offenen Fenstern verheddert. Denn ich mache das nicht alles aus dem Kopf. Das könnt ihr mir glauben. Also 1933 wirklich Schlag auf Schlag. Und sie musste sich irgendwas einfallen lassen. Und dann hat sie angefangen zu tricksen. Hat mit einer Agentur zusammengearbeitet, sodass ihr Name nicht mehr so oft in Erscheinung trat. Ich will zum Schluss nochmal genau dieses Bild zeigen. Ihre Reihe prominente Menschen von hinten. Also auch nochmal eine unglaublich mutige, mutige Bildauffassung. Und ja, damit war sie natürlich aus mehrfacher Hinsicht bei den Machthabern direkt unten durch. Aber vor allen Dingen natürlich aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Und ja, dann ist die Geschichte eben traurig. So, Berufsverbot 1933. Ab 1936 übernahm dann eine Freundin, eine Kunsthistorikerin offiziell das Studium. Und ihr seht, 1936, das war vielleicht auch für sie tragisch. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist. Es gab im Dritten Reich, wenn der Arne hier wäre, der ist da auch Fachmann. Es gab im Dritten Reich schon so eine Phase, in der sich die Nazis es nicht haben anmerken lassen. 1933 Machtübernahme. Brutalste Vorgehensweise. Hier in Sichtweite. Also, wenn ich hier in die Richtungen, die ich zeige, aus dem Fenster schaue. 20 Meter entfernt sind 1933 zwei junge Männer, auch in diesem Alter, Generation meiner Großeltern, erschossen worden. Nur weil sie in der Kommunistischen Partei waren. Auf der Flucht erschossen, hieß es. SPD, Sozialdemokraten und Kommunisten sind da einfach junge Leute, sind da interniert worden. Zwei wollten ausbüchsen, Schuss in den Rücken, fertig. Das war alles schon 1933, ganz, ganz, ganz kurz nach der Wahl, muss man sagen. Also, ganz gruselige Zeiten. Und das haben spätestens ab der Nacht der Langen Messer, als Edler ja selber seine SA-Leute abgemurkst hat, haben das auch die Machthaber gemerkt. Damit machen sie sich jetzt nicht total beliebt. Andere Zeiten, brutalere Zeiten, das kann sein. Aber Leute auf der Straße erschießen, ja, also selbst im Dritten Reich, nicht gut. Und dann kam ja auch Olympia. Und gerade die Olympia-Zeit war ja auch ein regelrechter Erlass. Da hat Goebbels seine ganzen Brutalmaßnahmen nochmal zurückgefahren, um Deutschland so ein weltoffenes, modernes Äußeres zu geben. Und vielleicht hat sich davon, Iva, das ist jetzt reine Vermutung, so ein bisschen täuschen lassen. Weil gerade in Berlin herrschte eh noch relativ lange ein Klima, das auch seine liberaleren Seiten hatte. Und vielleicht hat sie es einfach auch nicht so schnell gemerkt. Also 1936 ist sie noch im Betrieb. Und ganz spannend, für alle, die es nicht eh schon wissen, in dem Jahr stellt sie Helmut Neustädter ein. Und wer ist Helmut Neustädter? Helmut Newton. So, der Fotograf Helmut Newton, den viele von euch kennen. Und Helmut Newton macht seine Ausbildung bei Iva, arbeitet da zwei Jahre und tut dann das Richtige, verschwindet aus Berlin. So, verschwindet nach Australien, geht da zur Armee, eigene Geschichte, habe ich glaube ich schon mal erzählt. So, und Iva bleibt. Und man kann sich jetzt natürlich Gedanken machen, sie hatte auch zehn Angestellte, Verantwortung spielen eine Rolle, was auch immer. Aber sie bleibt. Da wäre eine Zeit gewesen, da hätte sie vielleicht gehen sollen. Und 1938 wird dann das Atelier endgültig geschlossen. Sie arbeitet dann als, ja, unterschiedliche Aussagen, aber in einer Röntgenabteilung im jüdischen Hospital. Das passt ja, Röntgen hat ja in der Praxis viel mit Fotografie zu tun. Vielleicht sowas wie Röntgenassistentin, sie ist ja jetzt auch keine Radiologin im engeren Sinne, und verbringt da eben noch einen Teil ihrer Zeit. Und gerät natürlich trotzdem, gerade im jüdischen Hospital, auch immer mehr in den Fokus der Machthaber. Und ja, eigentlich hatte sie ihre Ausreise dann auf den letzten Drücker wohl doch schon geplant, gemeinsam mit ihrem Mann. Aber wie es damals dann so war, 1942, über Nacht, wurde sie festgenommen, deportiert. Und ihr könnt es euch vorstellen, man weiß leider gar nicht genau wo, aber wahrscheinlich schon bei Ankunft in einem großen Vernichtungslager direkt umgebracht. Und deswegen traurig, aber das letzte Foto ist halt ein Stolperstein. Ja, mein Danek steht da, das steht aber gar nicht ganz fest. Ihr offizielles Todesdatum ist dann auf 1944 festgelegt worden. Wenn ich über diese Zeit spreche, packen mich jedes Mal die Emotionen. Gruselig. Und heute gibt es wieder Menschen, die das alles nur für einen Fliegenschiss der Geschichte halten. Ja, das ist das viel zu kurze Leben einer sehr, sehr bekannten und sehr begnadeten und begabten Fotografin, die in den 20er Jahren halt ihren, ja, ihren großen Höhepunkt hatte und die schnell vergessen wird, die schnell mal erwähnt wird im Zusammenhang mit Helmut Newton. Da hat der die Ausbildung gemacht. Da habe ich das, glaube ich, auch das erste Mal gehört. Schon vor vielen Jahren habe ich über Helmut Newton referiert und dann hieß es, der hat seine Ausbildung bei IWA gemacht in Fachkreisen. Und ich dachte, okay, IWA, wer ist denn IWA? Ja, das ist IWA. Und ich hoffe, dass ich auch so ein bisschen, ja, bei euch so ein Gespür dafür entwickeln konnte, dass, ja, Fotografie und weibliche Fotografie, um die es ja heute eigentlich geht, weibliche Fotografie nicht am Rande stattgefunden hat, sondern, dass Weiblichkeit in der Fotografie eben von Beginn an und insbesondere in frühen Jahren, insbesondere auch in der Design- und Kreativszene der 20er Jahre, eben eine große Rolle gespielt haben. So, jetzt schaue ich mal, was ihr denn, oder ob ihr da etwas in den Chat noch geschrieben habt zu. Da ist ja schon ganz viel. Ja, genau, ich fange ja mit dem Doc an. Ich glaube, es ist einer der Ersten, der da was zu schreibt. Helmut Neustädter, nicht Friedmann, oh Mann, wird es Zeit fürs Wochenende, ja. Christian schreibt, nein, es gibt kein Interview mit einer von, das hat ja gerade auch meine Betroffenheit, glaube ich, deutlich gemacht. Die IWA, die kann ich nicht mehr heute hier nebenher sitzen haben, aber das könnte ich auch, wenn es an die wäre, ja heute dann 121, das würde so oder so nicht mehr hinhauen. So, mit dem zweiten sieht man besser, Pulp Fiction. Nylon, ah, meine Nylon-Frage wurde beantwortet. Wurde erst als 38 erfunden und kommerziell genutzt? Na dann war es aus jedem Fall kein Nylon-Strumpf, sondern ein Seiden-Strumpf und auch keine Zahnbürste, lieber Doc. Das stimmt, Seide geht auch. Strümpfe gibt es ja viele Liebhaber tatsächlich. Ist ja für viele auch so eine Art Fetisch. Ich selber mag das nicht, also, das muss ich einfach sagen. Der Henz Tobler-Fotograf, schönen Gruß an dich. Weiß nicht, ob du ganz neu dabei bist. Gruß aus der Schweiz, aber natürlich einen schönen Gruß in meine liebe Schweiz zurück. So, nah haben wir zusammen, Thorsten Kasch ist auch noch dazugekommen. Ja, genau, es gibt eine große Verbindung zwischen Röntgenfotografie und einfacher Fotografie, wie gesagt, rein technisch. Deswegen rochst du früher bei Zahnärzten, die immer so kleine Entwicklungsgeräte hatten, auch immer nach Entwicklungschemie. Heute geht das meist ja elektronisch. Genau. Sie war dir nicht bekannt, Klaus? Das kann ich durchaus verstehen. Es gibt eine Menge auch bekanntere Namen, so, aber ich fand, sie war heute ein guter Einstieg. Eben auch, weil, und das ist so, es geht ja nicht nur bei Helmut Newton um sie, sondern auch um seine Frau June, die ja auch eine ganz hervorragende und wichtige Fotografin war. Und natürlich, dann hat man so einen Helmut Newton und der überschattet das alles. Ich glaube nicht, dass Helmut das selber wollte. Der hat Eva immer sehr deutlich hervorgehoben und sehr deutlich auch als seine Lehrmeisterin in Interviews benannt und hat auch immer seine Frau June als, nicht als, ach, das ist mein Weibchen, die auch ein paar Fotos macht, sondern immer auf Augenhöhe haben die als Fotografen auch zusammengearbeitet. Aber unsere Welt ist natürlich nicht unbedingt so und so ist natürlich Helmut Newton, der Fotograf, sodass, ihr wisst, was ich meine, die mit ihm zu tun hatten, dann auch manchmal ein bisschen öffentlich nicht so oft genannt wurden. Ja, mein lieber Doc, das kann ich mir vorstellen mit einem gruseligen Autokraten im Weißen Haus. Da kommen auch bei mir, da kamen auch bei mir an einigen Stellen ähnliche Assoziationen, weil die Mechanismen, die Mechanismen sind es ja, Die Themen sind oft andere, vielleicht sogar umgekehrt oder auf andere, zum Beispiel was Antisemitismus angeht, der steht vielleicht jetzt mal gerade da nicht so im Mittelpunkt, aber man sucht sich halt eine andere Gruppe, auf die man schießt. Die Mechanismen bleiben beim Rechtsextremismus immer die gleichen. Aber nochmal, das Thema, aber das will ich jetzt gar nicht aufmachen, sonst werde ich wieder emotional, ihr Lieben. Ja, diese ganze Reihe möchte ich jetzt auf jeden Fall noch fortführen. Ich möchte euch Fotografinnen vorstellen, jetzt nicht jeden Freitag irgendwie eine, aber vielleicht in einer Dienstagsfolge, dass ich mal so meine Top 5 oder sowas vorstelle. Und dann haben wir noch das große Themengebiet, natürlich Darstellung von Frauen in der Fotografie, wie sich das vielleicht auch wandelt. Vielleicht auch die Frage, wie Frauen Menschen fotografieren, ist da ein Unterschied? Ich glaube nicht, das nehme ich schon mal vorweg. Das ist nämlich, glaube ich, auch nur ein Gerücht, aber gut. Also wir haben da ein breites Themenfeld, das ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe jetzt eine Freundin angefragt, die sich auch, sagen wir mal, mit den Grundlagen des Feminismus sicherlich ein bisschen besser auskennt. Und da im Vergleich zu mir auch sicher Hardcore drauf ist, die wird sicherlich auch den einen oder anderen Widerspruch hervorrufen. Bleibt trotzdem nett, wir bleiben alle nett miteinander, wenn die Zeit hat und kommt. Die ist auch total nett. Dann werden wir da mal so ein bisschen auch darüber diskutieren können. Also ich glaube, ein Thema, das sich für uns hier, das sich für uns auf jeden Fall lohnen wird. Ihr Lieben, das ist das neue Format. Dadurch sind wir etwas schneller. Ich rufe noch mal in Erinnerung, weil das habe ich im ersten Teil der Sendung gesagt, die ja nicht in der Kurzfolge ausgestrahlt wird. Wer jetzt also die Kurzfolge sieht, dem sei noch mal Folgendes gesagt. Es gibt freitags immer eine richtige lange Folge, bei der ihr dabei sein könnt und eben auch mitchatten könnt. Die wird dann als kürzere Form im Hauptthema noch mal hochgeladen. Es gibt aber auch neuerdings auf Instagram unter dem Hashtag, den ich hier eingeblendet habe, Foto-Move-Journal, denn Foto-Move-Journal ist dort meine Seite, die ihr bitte auch abonnieren könnt. Wer da Bilder postet unter diesem Hashtag, die bespreche ich dann in einer eigenen kleinen Sendung auf Instagram, auf IGTV, also Instagram TV. Ich habe eben, hat der Doc gesagt, er findet das nicht, das weiß ich auch nicht. Schreibt mir doch vielleicht mal bei Instagram oder irgendwo, wir finden raus, woran es liegt. Eigentlich muss man nur drauf klicken und dann startet das. Vielleicht liegt es auch tatsächlich mit den Vereinigten Staaten, dass man da irgendwas hier nicht empfangen kann. Das glaube ich aber eigentlich nicht so sehr. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich mache morgen das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder ganz konventionell Fotos, Porträts, Künstlerporträts in dem Fall. Und ich muss gestehen, dass zum Abschluss, ich bin schon richtig aufgeregt, jetzt wo ich so lange diesen Platz hier kaum verlassen konnte, morgen mal wieder, ich habe schon frische Akkus gekauft, damit da nichts schief geht. Wir haben ja wirklich jetzt relativ lange hier so Heimdienst gemacht. Morgen begegne ich einem echten Modell, einer Schauspielerin, die echte Fotos von sich braucht. Und ich muss meine Kameratasche so richtig mitnehmen. Das habe ich jetzt tatsächlich länger nicht gemacht. Verrückt, aber ist so. Und deswegen haltet mir die Daumen, dass die Akkus durchhalten, aber die sind ja neu, dass alles gut geht. Muss ich mich auch mal ein bisschen bewegen. Ich bin ja, ich meine, ich verstecke meinen Bauch hier geschickt unterm Schreibtisch, aber Bewegung wird mir auch mal gut tun. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes, wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit, schaltet wieder ein. Vergesst nicht auf den Like-Knopf zu drücken. So, und wer es noch nicht getan hat, vielleicht auch noch auf den Abo-Knopf. Ich freue mich so oder so auch aufs Wochenende. Und Sonntag habe ich auch frei, da denke ich an euch und mache IGTV. Wir sehen uns, haltet die Ohren steif und wie immer, bleibt mir gewogen. Tschüss. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!